Ja, Tobi, hallo! Ah! 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 Tobi! Ah! Ah! Ja, hallo! Willkommen zu Creativerse! Jetzt als Singleplayer! Ja, das fing ja nicht so gut an. Du hast doch Flügel, Mensch! Ja, ich hab versucht, die auszustrecken, aber leider... ...meine Flügel sind broken einfach. So, oh! Unser ganzer Salat ist fertig. Was wollt'n wir damit noch mal machen? Äh... Wie passt der denn nicht auf? Hatten wir das nicht für die Tiere gehabt? Ja, stimmt. Die Tiere kacken. Warte mal, hier ist... ...hier ist Weed plant, ...aber das liegt einfach nur auf Erde, weil die Erde ausgetrocknet ist. Hä? Was ist denn hier passiert? Also das prangere ich an. Boah, sieht aber cool aus, der Salat. Ne? Gefällt mir. Geht der kaputt, wenn man da drauf tritt? Nee, ist ja kein Minecraft, ne? Das, äh... Oh, Entschuldigung. Nice! Hä, das wollt' ich... Hä, was ist denn jetzt passiert? Hä? Ich hab' den ganzen... Gehst wir mit den Hunden raus? Na, was ist denn hier los? Okay, also. Steuerung ist, äh, on point. So. So. Jetzt aber. Bei der Steuerung muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch gerade. Ich peil' grad gar nichts. Ich brauch' Heildrecke. So. So, jetzt hab' ich aber... Ah, jetzt ist das Weizenfeld komplett... Was machen wir mit dem ganzen Salat nochmal? Ähm, das ist für die Tiere, sagste? Und für die Küche und für uns, wenn wir unterwegs sind. Ja, ja, ja. Medieval Super Bundle. Das ist bei mir. Und das hier ist alles, was da an der Kiste ist. Jawohl. Okay. So. Ja, dann noch einmal Hallo, liebe Freunde der zeitgenössischen Kunst. Hier auf dem Channel. Ähm. Tobi, es gibt noch ein anderes Spiel, was ich gern mit dir spielen würde. Aber jetzt hängen wir erstmal bei Creativerse fest, ne? Äh, ja, das hast du schon mal gesagt. Welches denn? Ich würde wahnsinnig gerne mit dir Night of the Dead spielen. Night of the Dead. Survival Horror. ...Multiplayer. Gott. Ja, da bin ich zuhause auf jeden Fall. Survival Horror, das klingt genau wie ich. Du, du, ja, ja, klingt dir wirklich. Ist ja dein Vorname dann Zweiter quasi. Ja, Horror ist echt mein Ding. Tobias, Survival Horror. Stolzer Folke. So, warte. Ich nehm kurz Salat mit. Wir müssen heute auf jeden Fall eine Entdeckungstour machen. Die Kommentare sind schon sehr groß darüber gewesen, dass wir nicht auf Entdeckungstour waren. Das ist, ehrlich gesagt, unverzeihlich auch ein bisschen, ne? Ja, gut. Ich hab die so nebenbei ein bisschen gelesen, ne? Mehr mach ich das denn nicht. Ne, ich mein, es ist unverzeihlich, dass du Kommentare gelesen hast. Das tut mir leid, Erik. Warte kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Dann haben wir 20 Salat und ich mach noch ein paar Samen, Tobi. Aber ja, Entdeckungsreise klingt vernünftig. Sollten wir mal machen, ja. Oh, hier sind又 noch, jetzt haben wir 58 Salat. Junge, Junge. Geil. Geht ab wie nichts. Salat. So. Oh, toll. Neu starten, um Windows-Update zu installieren. Hau ab, bei einem Aufnahmerrechner grade. Hau bloß ab, Moment. Mach doch maar, Erik. Hau, tschö. Fünf Jahre nix mehr gehört. So warte, wenn wir schonmal... Ah, der PC läuft danach bestimmt besser. Glaub ich schon. Ist ja immer so, ne? Man kennt es ja. Ja, ja, klar. So. So, ich muss ja eh noch kurz auf die Samen warten, weil wir die einpflanzen und dann würde ich nochmal schnell hier... Wo ist das denn? Wo haben wir denn hier? Hm? Oh, haben wir denn die Knochen hier reingetan? Ach, hier. Oh, man sucht schon wieder Knochen. Ich hab Hunger, Eric. Willst du Knochen abnagen? Ernährst du dich von Knochenmark? Ja. Ist das Knochenmark Terenzi? Tobi, bitte. Tobi, warum? Sag doch mal Knochenmark Terenzi. Dass du immer so aggressiv bist, ne? Nur weil dir Namen nicht passen. Also, weiß ich nicht. Richtiger Namensrassist bist du. So. Okay, das geht dann einmal darin. Okay. Na toll, das ist wieder falsch. So. Ich dachte, ich mach mal ganz kurz hier während... Na, ich mach ganz kurz die Wände ein bisschen weiter. Na klar. So. Müsste ja eigentlich alles hinhauen. Ich habe übrigens gesagt bekommen in den Kommentaren, dass es noch größere Bäume gibt. Noch größere Bäume. Und diese Bäume, die du da abgeholzt hast, diesen einen da, dass das total der Pipi warum ist. W-was? Ja. Was? Keine Ahnung, was da noch kommt. Ich weiß es nicht. Ich mein vor allen Dingen, warum? Warum sind die so riesig? Ich hab keine Ahnung. Damit musst du doch bestimmt immer was kompensieren, oder? Meinst du? Klingt ehrlich gesagt fast so. Sag mal, hier mach ich trotzdem mal... Achso, warte. Hier mach ich trotzdem so. 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 GG Tobi, ne? Das Vieh kann natürlich unter Wasser atmen, ne? Ist schon klar. Ja, logisch. Also, pfff. Wen wundert das? So, ok. Sind wir hier durch inzwischen? Naja, fast. Ok. Dann könnte ich die Ridge hier oben, würde ich noch einmal durchgehen. Das da oben nochmal schnell wegmachen. Mist. Geht doch kaputt jetzt. So. Ok. Also Tiere töten, die sich ja nicht wehren, finde ich ja am besten eigentlich, ne? Echt, ich mag das, wenn die sich noch ein bisschen wehren. Ja? Das gibt mir diese, diese ungerechtfertigte Machtposition. Da wirkt, da wirkt mein kleiner Penis gleich viel größer, wenn ich das mache. So, warte. Klingt plausibel, ne? So. Gut, das müsste jetzt aber eigentlich alles hinhauen. Theoretisch könnte ich auch noch folgendes machen. Achso. Hä? Äh? Äh? So. Das wäre, glaube ich, auch eine gute Sache, wenn wir das machen würden. Ah, hier kommt ja eh Wand hin. Aber da drüben. So. 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 Sekunde, Sekunde. Es geht gleich los. Tobi, müssen wir Reisevorbereitung treffen? Wahrscheinlich, ne? Ich sammle gerade Pilze. Ich gucke zumindest, was ich irgendwo finde, ja. Da ist eine gute Sache, Tobi. Für Tränke. Ja. Okay, hier das selbe. Ich finde nix. Hm? Wir sind kaum Pilze mehr. Haben wir keine, achso, ne? Angebaut haben wir keine, ne? Nee. Sollten wir vielleicht mal tun. So. So. Und dann hier. Sag mal, diese Biene, ne? Oh, ist das ne Krabbe? Oh, hier gibt's Krabben. Ja, geil. Oh, sind die süß. Lass Cocktails ausmachen. So. Oh. Was ist das? Okay. Dann hier. Achso, ich bin doof. Okay, so rum. So. Nämlich. Das sollte dann eigentlich besser aussehen, wenn es noch weiter in die nächste Etage geht. später. Und hier sind wir jetzt fertig. Da nehme ich mir einfach mal alle Collectes mit hier. Dann habe ich die auf der 5,40 Samen, Tobi. Wow, Erik. Ja. Du bist ja... richtiger Samenspender, wa? Mhm. Geht auch richtig los. Ich verteil die sofort aufm Feld. So. Bin sofort fertig. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich haben wir eh zu viel fressen. So. Von den 40 haben wir halt 12 übrig. Sehr gut. Die packe ich dann mal zu uns in ne Truhe. Da haben wir jetzt irgendwie 36. Prima. Da müssen wir nächstes Mal nix machen. Ähm. Aus Weizen könnten wir Brot machen. Aber Brote brauchen wir nicht unbedingt. Du suchst Tränke zusammen, ja? Äh. Ja. Ja. Suchst du glowing mushrooms gerade? Nö. Diese roten. Aber hier sind ganz viele gerade. Ah. Okay. Super. Rote Pilze und gelbe Blumen drauf. Rote Pilze und gelbe Blumen drauf. Ein bisschen. Hi Miro. Ich hab grad Miro gekillt und hab ein Miro-Auge bekommen. Oh, das sind diese Augen-Johnnies, ne? Genau. Die Augen-Johnnies sind es. Der kam gerade an die Oberfläche und ich hab ihn direkt verprügelt während er brannte. Er hat nix gecheckt. Hat sich nicht gewehrt. Ja, normal rennen die ja immer weg, die Feiglinge. Der hatte gar keine Zeit, Tobi. Ich bin richtig enraged, hab ich ihn in einem Wirbelwind aus Faustfeuer, hab ich ihn untergehen lassen quasi. Geiler Typ. Nice war das. Richtig nice. Also richtig epische Action. Halt die Fresse. Nein. Hahahaha. Hm. So, da drüben. Ach, da wächst wieder Salat. Also von Salat haben wir wirklich genug, glaub ich. Ja, ist doch aber nice, oder? Salat. Kann man immer essen. Jogo-Dressing dazu. Geil. Wahrscheinlich auch gut. Huch. Ähm, ich pack mal ganz kurz ein bisschen was aus. Was? Ich sag dir, ich pack mal ganz kurz ein bisschen was aus. Hm. Einen von deinen 40 Samen, oder was? Ferkel. Die hab ich auch alle auf dem Feld verteilt und dann den Rest in die Kiste gegossen. So. So. Äh, 15, oh ich hab 15 Health Potions, cool. Ich glaub in der Kiste sind auch noch 20 Stück, ne? Glaub ich. Ja, okay, ja dann haben wir doch eigentlich alles für eine gute Reise, oder? Ja, ja, ich komm jetzt auch gleich wieder zurück. Ich weiß nicht wieviel wir brauchen, ne? Ich weiß nicht wie lange wir unterwegs sind. Das reicht niemand, Tobi. Ich hab hier noch ein Picture Frame, ich weiß nicht genau warum. Ach, das haben wir glaub ich irgendwann mal... Ja. Äh, zauberhaft. Okay, cool. Ähm. Advanced Extractor und Extractoren. Crumpled note. Und dat easel, das muss ich auch nochmal irgendwo. Easel like Sunday morning. Tobi bist du das? Was denn? Ein Autumn Leafy. Ist ja süß. Komm hier grade rein. Hm, dat bin ich ich, ne. Ne, ne, ne. Okay. So, hier kann man schön zeichnen, ne? Hier hat man einen schönen alten Träumchen. Okay. Gut, dann hab ich das auch los. Ähm. Vorsicht! Ich lande! Was? W-was? Ei. Moin. Was ist das denn hier? Was denn? Crumpled note hast du auch weggeschmissen, ne? Oder? Ich hab die noch. Ich weiß, wie was ich damit machen soll. Ich weiß auch nicht. Ich, ich tu die mal. Ich hab die jetzt einfach hier in die Kiste gepackt. Ganz ehrlich. Was soll das? Ja, nice. Man muss ja auch ein bisschen sparsam sein. Huch mit den Sachen, die man hat. Okay. Eine Reise, ja? Ja, wir brauchen, also wir werden ja bestimmt auch in der Höhle gehen, ne? Da brauchen wir diese Extractor-Dinger, oder? Oder meinst du, wir gehen nur, machen wir nur oberflächliche Reise? Also ich hab, ich weiß es nicht. Ich hab fünf Advanced Extractor und acht normale. Das ist wahrscheinlich nix. Ja, vielleicht sollte man nur oberflächlich erstmal reisen. Wir haben hier ne Höhle, oder? Achso, ich crouche gerade? Ne. Crouch ich gerade? Siehst du irgendwas? Ne, ne? Ne, du stehst. Wenn ich auf C drücke, kommt da unten so ein Symbol rein. Komisch. Ach, da kann man schleichen quasi, ja? Okay. Eigentlich wollte ich gerade craften. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Extractor. Stone Slap und Obsidian Slap. Easy. Das ist aber der Advanced. Super Extractor. Advanced. Ähm, die, die, die Advanced Extractoren würde ich nicht auf normale Sachen vergeuden wollen. Stone Slap und Wooden Slaps. Also wir können ne ganze Menge davon machen, ehrlich gesagt. Ja. Wenn wir das denn wollen. Ja. Hier ist noch Wood Slap. Äh, hier ist noch ein Stone Slap, den tu ich da mal rein. Ansonsten nehm ich hier noch... Hm? Ah, ich hab ne Recipe. Was ist das? Year of the Pig Lantern unlocked. Okay. Mhm, mhm, mhm. Ich kann eine Schweine Lampe machen, Erik. Das... ...überrascht mich nicht, Tobi. Ha, 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 ha. Ja, kein Ding, die Steinvorlage gebe ich dir gerne. Ja, tut mir leid, ich muss das tun. Ja, nice. So. Okay. 6 Red Mushroom Spores. Willst du die haben? Wo tun wir die hin? Nein, wir müssten die eigentlich einpflanzen, aber wir haben Platz mehr auf dem Feld, weil unser Feld ehrlich gesagt... Es scheint mir auch zu winzig zu sein, Tobi. Ich mein, wir sind zwei Personen. Ja, groß ist es nicht, ne? Nee, ist halt wirklich übersichtlich. Da müsste halt eigentlich noch ein Feld drüber. Oder drunter. Oder... Oder hier vorne ist ja noch Platz. Ja, ja, Tobi. Ja, genau mein Gedanke. Das wäre doch schön. Für alle Beteiligten. Das wäre... Ausreichend, vielleicht. Oder vielleicht machen wir aus dem ganzen Ding hier ein Tiergehege und machen dann vorne halt ein großes Feld. Ja, doch. Möglich ist alles, ne? Der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. So... Jut. Hier nix. Nee, nix, nix. Okay, die Steine kann ich glaube ich dann wieder zurücklegen. Normale Steine brauchen wir nicht. Wobei, ich glaube ich brauche noch mehr Stone Slabs, ne? Für die Obsidian Slabs. Für die Obsidian Slabs. Dann später. Dann tue ich die Steine... Slab? Ja, so hast du recht. Tobias, so hast du recht. Haben wir noch Obsidian hier drin? Ne, Magnetite? Obsidian haben wir keins mehr wahrscheinlich, ne? Weil wir die ganze Zeit gebaut haben damit. Äh, hab ich nicht. Ich hab doch letztes Mal voll viel noch geholt, oder? Warte mal. Obsidian? Ja, hier ist nur Obsidian Ore und zwölf Obsidian Dinger sind hier drücken noch drin. Oh, 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 wo denn? Hier in der, in der hier. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Äh, äh, wo bist du? Ach, hier? Hier? Da, 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 ja. Ah, Obsidian, alles klar. Und 92 Obsidian Ore, okay. Ah, kein Ding, kein Ding her. Ja, okay. Dann müssen wir nochmal ganz kurz eben einheizen. Ob sie denn, oh, dann mach ich mal hier nochmal. Hä? Hm? Also, mit den Leistern hast du irgendwie ein bisschen komisch gemacht, ne? Wieso? Kommt man doch, ah, jetzt, jetzt. Man muss doch irgendwie erst so ganz komisch einhaken, dass man da runterkommt. Jetzt komm ich nicht mehr weg. Ach, hier in der Ecke, ne? Jetzt. Ja, ja, ja. Das ist ja gar gemein, die Leiter. So, okay. Obsidian köchelt hier auch gerade. Alles für die Extraktoren. Boah, hier ist alles in Hochbetrieb grad. Huiuiuiui. Gefällt mir gut. Ich hoffe, ich bereue das nicht, dass ich gerade ganz Obsidian einschmelze. Ne, wir brauchen's ja. So. Ich glaube, da unten in der Mine sind es auch noch mehr als genug, also. Ja, sehr gut. Sehr gut. Die Advanced Extraktoren werden wir wahrscheinlich auch brauchen. So. Okay, das Zimmer ist noch nicht fertig geworden. Ja, das Haus bauen wir dann später ein bisschen weiter, denk ich mal. Wenn wir wieder zurück sind. Ich mein, Dächer. Wir haben auch schon Dächer. Ja, kann ich gern schon anfangen mit dem Dach, ne? Ist kein Problem. Wir brauchen erstmal die zweite Etage, Tobi. Ach ja, stimmt. Wir haben noch nicht mal... Oder wir machen mal was ganz verrücktes. Na. Wir machen ein Dach und machen da drauf die zweite Etage. Sieht bestimmt geil aus. Boah, das machen wir. Und dann machen wir über der... Über dem Dach machen wir nochmal ein umgekehrtes Dach und bauen da nochmal spiegelverkehrtes Haus und die gesamte Welt auf. Ähm. 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 Hallo? Ding, du Schwein. Nice. Nice, Tobi. Geil. Jetzt haben wir noch mehr von diesen komischen Augen. Diese Miro-Augen. Kann man die farmen vielleicht? Die Viecher? Ich hab keine Ahnung. Wir brauchen die, glaub ich, ne? Diese Augen. Ja, ja. Ganz viele sogar davon. Macht kein Auge. Das heißt, wir müssen irgendwann... Irgendwann müssen wir loslaufen. Die verprügeln einfach nur. Den ganzen Tag Dinger verprügeln. Finde ich gut. Die haben nur ein Auge, die können das nicht richtig wehren. Richtig. Und das reißen wir irgendwann auch noch raus. Das ist das Schöne dabei. Ähm. Okay, warte, warte. Krafti, Krafti. Jetzt mach ich erstmal ganz normale Extraktoren. So, hab noch ein paar Stone Slabs übrig. Und normale Extraktoren haben wir jetzt 31. Für den Anfang. Das sollte reichen. Ja, das reicht bestimmt nicht. Aber... Wir tun mal so, als ob. So, wie lange dauert das hier? Oh Gott, das dauert lange. Als ob sie den einschmelzen. So. Was machst du denn gerade? Hey. Hey, Tobi, was war das? Oh. Hab ich dich grad gehauen? Nö. Lol. Das ist doch ganz ordentlich dich verprügelt. In deinen Träumen, Tobi, sah das so aus. Ja, gut, also. Oh, da ist ne Goldkiste, Erik. Hast du die nicht gesehen? Wo denn? Hier. Hier steht ne Goldkiste. Ach da, ja tatsächlich. Hä? Ja, Erik, nimm sie die jetzt. Hast du auch mal eine gefunden. Ich hab noch nie eine gesehen. Wow. Genau. 45 Holz, 20 Kohle, 10 Gunpowder, 5 Melted Walks. Nice. Ja, geil. Geil. Erik hat noch ne Goldkiste gefunden. Starke Nummer, ey. Toll. Ja, wie ich das alleine geschafft habe, krass. Übrigens, die Kommentare waren auch wohl wissend, dass wir diese Pro-Version haben, weil wir beide wohl Creativers seit der Alpha haben. Ach, da ist man automatisch Pro. Okay. Genau, genau. Und hat auch dann diese Münzen bekommen und dies und das. Ja gut, das ist aber Standard, ne? Also ich bin auch bei Fifa, das spiele ich ja auch schon seit 2001. Ja, da kriegt man immer alles geschenkt bei Fifa. Hab ich viel von gehört. Sehr großzügig. Aber ich bin auch dann, fühle mich auch automatisch wie ein Pro, weil ich das schon so lange spiele, weißt du? Ach, deswegen. Ja, ja gut, das verstehe ich natürlich, klar. Das liegt ja auch auf der Hand. Ja. Oder auf dem Platz, je nachdem. Oh Gott. So, da... War das Stonefloor, die Arbeitsdinger? Die waren hier drin, glaub ich, ne? Ich pack das mal trotzdem einfach da rein. Das hier eigentlich. So, guck deine Biene eigentlich immer so geschockt. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt streckt sie mir einen Stachel hin, ist er wieder nicht. Vielleicht... Vielleicht hat sie Bock, Tobi. Perverses Vieh. Vielleicht hat sie einfach Bock auf den alten Tobmann. So, okay, ich warte mal auf Absilien. Oh Gott, ich muss was trinken. Ich fang an zu leiern schon wieder. Wie so eine Katze vorm Kotzen so, weißt du? Hast du das schon mal gehört? Ja, ja. Katze beim Kotzen kenn ich immer nur... So. Ne, es gibt Katzen, wenn die, bevor die kotzen, oder wenn die so Fell auskotzen, dann machen die vorher mal so... Dann machen die so ganz komische Geräusche. Okay, das habe ich ehrlich gesagt so noch nie, äh... Ne. Ne. Ich kenn das hier von der Nachbarskatze immer, dass sie manchmal so... Nachbarskatze. Nachbarskatze. Mhm. Schon klar, Erik, schon klar. Die kam hier neulich in den Keller runter, ne, und, äh... Hat sich dann hier auf den anderen Stuhl gelegt, einfach. Daneben gelegt. Das war... Ja, das war schön, aber auch weird, und eigentlich ist es traurig, weil... Wir müssen ja irgendwann auch weg hier, ne? Ja. Hm. Wenn ihr drei werdet schon was finden, da bin ich mir sicher. Ja, wir können ja nicht klauen. Ja, aber die Katze sieht aus, wo sie hin will, ne? Neulich kam sie hier nachts reingescheißert, total groggy. Die Nachbarskatze. Und, ähm... Hat sich wohl mit einer anderen Katze geprügelt, hatte richtig dicke Lippe, die so voll angeschwollen ist. Und, äh... Hat sich direkt eingerollt und, äh, gepennt quasi. So weg von allem. Und... Wie ich wusste, dass die wieder abends nach Hause kam, nach einer Schießerei. Ja, Darmstadt halt, ne? Tobi, ich hab ne Goldkiste gefunden. Glaub ich. Oh, nice! Tatsache! Tobi? Erik, guck mal, da ist ne Goldkiste. Ja! Was ist denn das? Ah! Was ist denn hier? Arom Schizzard! Muss für dich sein, ein Schizzard! Treasure Chest? In the way you move? I'm lost in your dance? A heady musk? Let's take a chance! Arom Schizzard! Ich weiß nicht, was das ist, Tobi, aber man kann es wohl konsumieren. Ich konsumier das mal, ja? Guck mich mal an! Ich hau mir das mal kurz in den Kopf. Geh weg, du hast so ne Rauchwolke um dich rum. Hau mal ab! Tobi, oh! Mein Schizzard! Tobi, mein Schizzard! Riech mein Schizzard! Schnell! Nein! Nein! Ja! Aua! Wie werd ich denn das hier wieder los eigentlich? Hält der Arom sch- Ach, vier Sekunden, okay! Kannst du mal Abstand halten, bitte? Ah! So! Corona-Zeiten sehr wichtig! Schizzard ist festgetrocknet, geht wieder! Ach! Juhu, endlich mal ne Kiste gefunden, freu mich! Jetzt will ich mehr finden! Verdammt! Din, 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 din! So, gleich geht's aber auf die Reise, ne? Also gleich, äh... Ich... spürst du schon die Reise in den Knochen? Ja, ich bin schon... Vom ganzen Reden bin ich schon so fertig, ne? Ich könnte schon pennen wieder jetzt. Geh mal wieder nach Hause, Tobi, hat doch keinen Sinn! Ja. Heftige Reise. So... Scheiße, was ne Reise! Ja, Obsidian, Tobi! Collect all! Collect all! 75 Obsidian, haben wir jetzt... War hier noch was drin? Oh ja! 96 Obsidian, wow! Nice! Okay... Dann, geh ich mal kurz ans Crafting-Menü... Und wir machen Advanced-Extra... Achso, eh... Oh, jetzt müssen wir Slaps drauf... Oh, klar... FML... Oh... Hätten wir das nicht schon vorher anstoßen können? Nein! Okay, ich glaube es reicht aber auch, oder? Ach, weißt du was? Scheiß drauf, wenn wir auch schon mal dabei sind. Rest wandert eh in die Kiste, da muss ich mich hinterher nicht beschweren. Hätt ich mal vorher schon gemacht! Echt mal! Schöne Scheiße, Tobi, schöne Scheiße! So, 33 Obsidian haben wir da noch... Zwei Obsidian Slaps hab ich noch da... Gunpowder... Coal... Let's go... Okay... Äh, fast fertig! Das Wachs ist hier... Wachs haben wir auch schon 238, nice! Ach, das... Das kennen wir schon, okay... Wir brauchen für unsere Obsidian Rüstung zwölf von diesen komischen Augen! Okay, aber wo kriegen wir die her? Doch nur von einer Reise, oder? Ja, die kriegen wir nur von diesen komischen Viechern! Sechs haben wir bis jetzt! Das sind nicht so viele! Zwölf insgesamt oder zwölf pro Person? Äh, zwölf insgesamt... Für uns beide! Hmm... Okay, das wird ja spannend! Äh... Okay... Ja... Wow, wie die Reise losgeht! Das ist, äh... Toll! Toll! Warum ach ja Extraktoren für die... Für die Minen, damit wir auch unterwegs in Höhlen gehen? Stimmt ja, das war ja unser... Das wollten wir unbedingt machen! Und wir sollten vielleicht noch weitere Waffen machen? Ich weiß nicht, ob wir in Höhlen gehen sollten! Guck mal, wir haben doch hier schon verkackt! Wir... Hä, wie? Wir sollten nicht in Höhlen gehen! Tobias! Ja, ich glaube, wir haben oben schon genug an der Oberfläche zu entdecken, oder? Ich bin mir nicht so sicher! Doch, es gibt noch Dschungelbiome und sowas! Wildwood? Haben wir Wildwood? Ne, ne? Obsidian Sword würde ich gerne machen! Oh, kostet vier Miro-Eis! Wie viel Miro-Eis haben wir gerade? Sechs! Toll! Das reicht ja nun nicht! Sag mal! Trittst du das gerade? Hm? Nein! Du trittst doch die ganze Zeit! Nein! Hä? Nee! Mach ich nicht! Ah, ist doch rumgeflogen! Der freut sich! Der freut mich einfach, wenn ich hier bin guck! Ui! Der freut sich! Sag mal, Erik! Hä? Der freut sich! Trittst du denn doch gerade? Nee! Der freut sich! Hä? Volleyball! Geil! Yeah! Boah! Indie greift den! Ja! Nice, Guvi! Yeah! Ja, du! Bam! Ja! Korb! Astreiner Korbleger! Hä? Hm? Jawoll! In die Segel! Wuuu! 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 Ich prügel den! Ich prügel übers Dach! Ja! Das tut ihm aber nix, ne? Der macht ja Spaß hier! Guck mal, der hat gar keinen Schaden oder so! Das tut ihm nicht weh! Nee, der hat überhaupt keinen Schaden! Das ist alles Fun für ihn! So! Ob sie den! Wunderschön! Da ist er sich versteckt hinter dir, Tobi! Oh, das dauert so lange! Was denn? Tobi, was denn? Nichts, nichts, nichts! Nicht herkommen, bitte! Danke! Hast du wieder alles auseinandergenommen? Nein! Und wirklich? Ja! Naja! Nichts Neues, ehrlich gesagt! Ist schon repariert, ist schon repariert! Ach, ich brauch so ein Washing-Tool, ne? Wir müssen ja die Tiere waschen! Ach! So, ja, aber nur wenn du das willst, ne? Du musst natürlich nicht! Die können auch weiter stinken! Oh! Wir brauchen doch deren Code! Oh! Äh, haben wir noch Obsidian? Ne, ne? Ja doch, in der Truhe! Haben wir noch! Ah, sehr gut! So! Das gefällt mir gut! Der Watta! Ich brauch der Watta! Take der Watta! Wir haben ganz viele Watta, glaub ich! Der Watta! Stone Rod! Haben wir sowas auch? Warte, hat der keine Gegner spawnen? Huuu! Was ist hier los? Von allen Seiten! Huuu! Was machst du da? Nichts! Ich dachte grad, ich hol Miro-Augen, aber es war keine gute Idee! Die Miro-Augen holen mich! Die Miro-Augen holen mich! Die Miro-Augen holen mich! Soll ich dir was helfen da draußen sag mal! Hä? Hast du Unter-Edisch? Ja! Ich seh' nur die ganze Zeit ein Schwert von oben! Wusch, wusch, wusch! Also! Ja, irgendwie waren das plötzlich viele! So, take all... Ich muss aber dabei bleiben, dass das in die Third-Personal-View geht, wenn man Unter-Edisch ist. Ja, ich finde das auch, ehrlich gesagt, schwierig auch so zu kämpfen, vor allen Dingen in so kleinen Gängen. Ja, das ist echt kacke. So. Wo ist denn jetzt der nächste? Da war nur noch einer. Wir sind übrigens bei 30 Minuten. Ja, warte. Oh, Alter. Was hat der denn jetzt gemacht? Okay, die können einen blenden, wie es aussieht. Oh, das sind zwei. Oh Gott, da bin ich aber raus. Ciao. Tschüßen. Macht's gut, ne? Schön hier unten, aber ciao. Oh, du hast Besuch, du kriegst Besuch dahinter. Jaja, sogar zwei. Das ist das Problem. Alleine will ich jetzt machen, aber. Hm? Das sind diese fetten Felsviecher, ne? Ja. Die sind hässlich. Nämlich, ich kann ja nicht helfen, also das hauen wir uns gegenseitig, glaube ich. Warte, ich... vielleicht schaffe ich's. Ich geh mal raus. Ach, oh. Falsch abgebogen. Ja, wunderbar. So. Wirst du nur ein Auge? Vier Augen insgesamt. Und noch, davor hab ich noch einen weggeklatscht. Wir haben genug Augen für zwei Obsidianen-Schwerter, Tobi. Das ist ja nichts. Oh, was für eine. Oh. Haben die irgendeine Spawn-Rate? Sind die irgendwie nachts nur oder sind die am Spawn-Rate? Oder in Höhe? Oder wie ist das? Ich hab keine Ahnung, aber das waren jetzt... Also das waren gar nicht mal so wenige, wie ich dachte. So, die Pizza hier kommt weg, das Leder kommt weg, das Spike kommt weg, der Knochen kommt weg. Wir haben insgesamt 13 Miro-Augen. Mhm, Gunpowder kommt hier auch aus. Gunpowder war hier. Ähm, 13 Miro-Augen. Ja, Tobi, da muss ich die ganze Zeit auch dran denken. Das macht's nicht besser, irgendwie. So. 86. Achso, da ist noch ein Ding jetzt hier. 128 hab sie den Dinger. Slaps. Das heißt, ich mach jetzt noch mal ein paar von den Advanced-Extraktoren. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 24 Advanced-Extraktoren. Advanced. Das sind die Großen, ne? Genau, genau, genau. Nein. Halleluja. Wo waren die Slaps? Wo waren die Slaps drin? Waren die hier oben? Die müssten hier... Da müssen noch keine. Okay. Äh... Slaps. Das hier... Washer. Washer. Tobi created a Washer. A Washer. A Washer. A Washing Machine. Ich muss die Tiere waschen, wa? Das ist sein Spitzname. Washing Machine. So warte. Oh, wo ist denn... Wo ist denn der Schleim? Ähm... Da ist der Schleim. Oh, um Gottes Willen. 13 Woodwall. Ja, die brauch ich wahrscheinlich auch nicht unterwegs. Ähm... Und die nehm ich noch mal mit. So... Sind wir denn Reise vorbereitet soweit? Ähm... Joa. Okay. Also ich hab 24 Tränke dabei. Das ist eigentlich alles was wir brauchen. Mhm. Super. Weiß ich nicht. Brauchen wir Fackeln? Äh... Schale. Also Fackeln hab ich ein paar dabei. Ich hab 10. Aber kann ich das nicht einfach hier? Das geht nicht. Achso, ach. Recipes. Aber kann ich die nicht einfach... Nee. Nee, geht nicht. Nee, 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 nee. Ich seh da schon was du da machst. Ja, schade. Das ist natürlich doof. Wie hatte ich die denn hergestellt? Soup. Sandwich. Sandwich war ja nicht so geil. Inventory. Created in the cooking station. Aber ich hab das Rezept dafür nicht, oder wat? Äh... Ich dachte eigentlich, ich kann das einfach so da reinballern. Miel. Achso, das war... Oder war das Miel? Ja, ach. Es ist einfach nur Miel. Okay. So. So. Dann pack ich das Fleisch da wieder rein. Okay. Ähm... Die Dinger haben wir gemacht. Die... Dingens. Ganz kurz. Bevor wir die Folge beenden, würde ich gerne noch ganz kurz für uns beide Obsidien-Schwerter machen. Dafür brauchen wir normales Obsidian. Die Augen haben wir. Knochen und Stone Rods. Stein Rods. Stone Rods? Weißt du, wieviel du brauchst? Sind vier Stücke hier in der Kiste drinnen. Ja, bestimmt sind's mehr. Ich guck gleich nochmal. Warte mal. Ähm... Normales Obsidian haben wir auch noch. Wo ist denn... Hier ist das. Okay. Das normale Obsidian nehme ich raus. Ach hier, vier Stone Rods. Ähm... Stone Rods. Klingt ein bisschen eklig. Klingt die ganze Zeit genau so. Ähm... Ah ja, passt perfekt mit den vier. Und acht Knochen bräuchte ich noch. Acht Knochen. Dann crafte ich uns beiden mal. Zwei wunderschöne Obsidien-Schwerter. Ist doch ungewohnt, dass man unten kein Schwert in der Leiste hat. Und keine Spitzhacke und sowas, ne? Ja, ja, ja. Das ist ganz merkwürdig. Und dass man immer ne Schaufel in der Hand hat, ist auch so ganz komisch. Ja, dass das ist... Oh, warte. Mysterious. So. Das müsste eigentlich beides hier rein. So. Äh... Tobias. Tobias. Kommst du bitte mal, Tobias. Ja. Tobias, bitte. Ähm... Warte, warte, warte. Wie war das nochmal? Hier ist droppen, ne? Drag Items. Ja. Bitteschön. Oh, das ist aber sehr nett. Vielen Dank, der Herr. Ja, sehr gerne geschehen, nicht wahr? Boah, ich kann jetzt ein Galactic Flux Incapacitator bauen. Boah, das ist nice. It's great. Oh, und Iron Sword. Oh Gott. Jetzt können wir ein Eisenschwert machen. Feral Pixie Fur. Oh Gott. Warm... Warm Worm Tooth. Oh Gott. Das wird alles ganz, ganz furchtbar, glaube ich noch. Oh, der Galactic Flux Incapacitator ist das beste Schwert, was es gibt, ne? Ja. Ist zumindest ganz hinten in der Liste, oder hat das damit nichts zu tun? Hat das damit nichts zu tun? Ne, es hat nichts damit zu tun. Ach da! Da, Galactic Flux. Much cooler than any other franchise. Just make sure you don't have him. Okay, aber ich seh keinen... Magnetit und Tar brauchen wir dafür. Oh, Tear, okay. Magnetit haben wir ja, okay. Aber man sieht nicht, wie viel Damage das macht, ne? Ach 60. Ach 60, okay. Okay, das Beste, also ganz links ist noch das Hidden Temple Sword, das macht 70 Damage. Aha, okay. Oh, und Legendary Golden Sword macht 100 Damage. Das bräuchten wir, aber daraufhin Corruption, Dust... Äh... Ja... Lumit... Hab ich sogar schon gefunden. Das hab ich noch gar nicht, das Schwert. Das Legendary Golden Sword? Nö, das kann ich noch gar nicht machen hier. Oh, okay. Ich kann nur das Hidden Sword machen und Golden Sword, aber sonst... Okay, ja dann... Ich hoffe, wir kriegen die Zutaten irgendwann mal in den nächsten 500 Folgen. Ach klar. Bist du optimistisch, ja? Ich bin immer Optimist, Erik. Gut, also... Nächste Folge Reise, sagst du, ja? Ja, müssen wir ja mal, ne? Ja, wird Zeit. Wird Zeit. Haben wir uns jetzt vorbereitet und dann nächste Folge schön auf die Reise, Tobi. Ja geil, freu ich mich drauf. Geil! Hä? Wo ist er denn schon wieder hin? Geil! Erik! Geil! So, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann geht's endlich mal auf die Reise. Ich bin gespannt. Geil! Tschüss! Ich hab auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber naja, gut, das sehen wir in der nächsten Folge. Das wird schon gut. Ach! Wird schon alles gut. Ja, das wird schon tauchen. So, bis zur nächsten Folge. Tschüss! 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 Tschüss!